Peter Kurzgut. Ja, sehr ereignisreich, aber noch nicht so viele Spielminuten gehabt. Das erste Spielgleichheim-Debüt, Tor und drei Punkte hätten nicht besser laufen können. Ja, Leverkusen war bitter. Hätten wir, glaube ich, auch verdient gehabt weiterzukommen, aber ja, hat nicht sein sollen. Jetzt heißt es Mund abwischen und auf MSV auch konzentrieren. Ja, viel Zeit zum Tränen hatten wir bis jetzt nicht. Wir haben uns jetzt erst mal regeneriert vom Leverkusen-Spiel. Jetzt konzentrieren wir uns auf MSV und werden uns da optimal drauf vorbereiten. Lukas Fröder auf der Sechs macht das Spiel bei denen, werden wir in den Griff bekommen. Ja, ich verstehe mich eigentlich mit allen relativ gut. So mit Simon und mit Grischa machen wir euch auch viel privat und so würde ich sagen, sind so meine Lieblingsmitspiele. 2-0 für uns. 0h